Die Abrechnung. Was machen Sie denn hier? Ein Neuer. Kann sein, dass er noch ein bisschen verwirrt ist. Das ist, helft ihm, sich einzuleben. Die Übrigens hat eine sehr hübsche Frau. Und falls, falls meiner Frau jemals etwas passiert, dann habe ich wie du nichts zu verlieren. Wenn du nicht bezahlst, werden 15 Typen über sie herfallen. Und die ritzen ja ein Souvenir. Ende die Sage. Ich war's ja gar nicht! Mieses Mann! Bring dich um! Ich war's nicht! Warum tust du das eigentlich alles? Weil ich dich liebe. Hat deren Glück, so geliebt zu werden, dieses Schwein. Und was soll ich dagegen tun? Wir können nichts tun. Ich versichere ihn. Nein. Winkler ist für mich ein Gefangener wie jeder andere. Doch er will seinen Tod. Sein Hass gleicht einer sonderbaren Leidenschaft. Seit 15 Jahren mache ich diesen Job. Ich habe viele Killer gesehen. Aber einen Mord noch niemals. Das fehlt mir, verstehst du? Geh wieder in deinen Bunker. Komm nicht mit raus. Ich brauche frische Luft. Du bist verrückt. Borka hat mich dazu getrieben, José umzubringen. Und jetzt wird es ihm genauso gehen. Sie haben sich in mir getäuscht. Es ist nicht das Geld, das mich interessiert. Hey, du musst mir eine Waffe besorgen. Egal was, Messer, Rasierklinge oder Schere. In dieser Nacht. Es würde mich wundern, wenn wir beide morgen früh noch leben. Das würde mich auch wundern. Richard Barry in Die Abrechnung. Einer der spannendsten Filme des Jahres.